so leute herzlich willkommen zum neuen video wie ihr seht gibt es heute die high speed bombs raketen acht stück sehr bekannt das raketensortiment von lidl kostet immer 9 euro 99 hier haben wir wirklich alle raketen und zwar werde ich jetzt zweimal die shark rakete dann zweimal die alligator rakete einmal die eagle rakete und dann die rebel red rebel blue und rebel green schießen wir fangen an mit zweimal shark rakete so jetzt zweimal die alligator rakete dann mal die zäger dann mal die zäger Und die Doppelschlagraketen. Und die Doppelschlagraketen.